Hallo, heute zeige ich euch ein paar Sechzehntel-Crooves, die häufig in Funk, Pop, A&B und Hip-Hop-Musik vorkommen. Wir beginnen zunächst mit der Sechzehntel-Bewegung, die wir Hand zu Hand spielen. Dann setzen wir Akzente, zunächst die wichtigsten, auf 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21. Interessanter wird das Ganze, wenn wir noch weitere Akzente dazunehmen, zum Beispiel auf der Drei-Und. In der Popmusik und Fangmusik kommen häufig auch Akzente auf den Sechzehntelnoten vor, zum Beispiel mit dem Sechzehntelnoten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Drei-Und. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020